Wir von Siedle zeigen hier unser aktualisiertes Kameraportfolio. Mit unseren neuen Kameras bieten wir ein Produktsortiment, das mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Die Kamera 130 überwacht mit einem horizontalen Erfassungswinkel von ca. 130 Grad ein Großteil des Eingangsbereichs. Mit einem horizontalen Erfassungswinkel von ca. 175 Grad reicht das Sichtfeld der Kamera 180 nahezu von Wand zu Wand. Dies gilt im Übrigen auch für die Infrarotbeleuchtung, welche bei Nacht verwendet wird. Alle Siedle-Kameras verfügen auch über eine hohe Lichtempfindlichkeit und eine automatische Tag-Nacht-Umschaltung. Die automatische Tag-Nacht- Raumschaltung wird bei der neuen weiterentwickelten Kamera 180 mit True-Day-Night kombiniert. Die moderne Technik nutzt nachts das Infrarotlicht und Filter des tagsüber heraus. So verbinden alle Siedle-Kameras eine hohe Farbtreue bei Tag mit exzellenter Nachtsicht. Zudem sorgt die optimierte Technik bei beiden Modellen für eine verbesserte Bildwiedergabe. Erkennbar sind die neuen Kameras durch den matt-schwarzen Ring um die Linse, der ebenfalls Reflektionen minimiert und das Videobild verbessert.